Und herzlich Willkommen zur neuen Feuerwerksmöchel Pyros, den Teil den Welt ihr seht, auf jeden Fall Teil 1, mit dabei ist Streetfire Worker. Nach ewig langer Zeit wird es mal wieder Zeit dafür, such dir einfach mal aus. Ich würde sagen, starten tun wir hier mit einem Pyro Cracker von Keller. Keller Feuerwerk. Genau. Ja, ganz süß. Das war der Startschuss. Weiter geht es dann hier mit den Silber-Krachern von Veko. Ja, die schmeißen wir in die Luft. Ja, ganz süß, ne? Jawolski. Ja. Ja, so muss das sein. Genau. Jetzt machen wir mal hier Schnellfrösche. Genau. Einen kleinen und einen großen von Veko wahrscheinlich, oder? Beide von Veko. Es sind aber zwei verschiedene. Legen wir die mal wieder auf den Baumkorn. Genau. Ich werde hier in meiner Camper-Position stehen. Der ist der kleine. Der ist richtig gehüpft, ne? War ganz gut. Jetzt der große. So, was willst du denn als nächstes sehen? Ja. Ja, als nächstes würde ich mal sagen, hier noch die zwei Böllerchen, ne? Und dann gehen wir mal zu unseren kleinen Raketen rüber. Werde ich dann auch in die Luft. Genau. So muss das sein. Adentlich. Jetzt der von Diamond. Das Feuerzeug liegt in den letzten Zügen. Herrlich, dieser Rauch. So. Dann kommen wir mal zu den Panda-Mini-Raketen. Die haben so ein BKS-Zeug bei drinnen. Die explodieren. Stell die mal schön schräg, ne? Nicht so steil hoch. Auf geht's. Geil. Ja, die machen Laune für zwischendurch. Sind die immer ganz cool. Und dass die noch so geil pfeifen dabei. Nice. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir mit dieser Höhlen-Sound hier weiter, ne? Von WECO-Feuerwerk, beispielsweise Helios. Das Podest ist perfekt. Da schrauben wir noch ein Brett dran. Ja. Ging so. Ging so. Ist halt ein richtiger Standardartikel, ne? Dann jetzt hier den Flashbang von WECO. Aber hier würde ich das auch schräg hinstellen. Ob das gut geht? Vielleicht treffen wir ja den Baum. Ja, ging ja 1a. Und diesen einzelnen Schuss von der Leslie Igor, 2015-2016er Charge, den werden wir gleich in der Dunkelheit machen. Und zwar außerhalb, hier im Wald. Geht das nicht. Bis gleich, Pyros. So, jetzt noch der Einzelschuss. Äh, Leslie Igor. Ja, war ganz schön, ne? So, Leute. Und dann sehen wir uns bei Teil 2 wieder. So, jetzt sind wir bei Teil 2. So, jetzt reden wir mit der Hops.